Kurzer Kami-Check. Das sieht super aus. Ey Freunde, ich bin die ganze Zeit am überlegen, wenn ich meinen Gymcrush irgendwann wiedersehen sollte, soll ich ihn ansprechen? Ich habe das einmal gemacht und es ist auch ganz gut ausgegangen. Ich war so nervös. Wenn ich ihn dann sehe, was soll ich denn sagen? Wenn ich nicht sein Gymcrush bin, dann ist es nicht unangenehm. Als ich meinen letzten Gymcrush angesprochen habe, ist auch schon sehr lange her. Da bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, Hallo, dass er voll sympathisch aussieht und ich ihn schon öfter hier gesehen habe, ob wir nicht mal zusammen Kaffee trinken gehen wollen. Das Witzige war, dass er gesagt hat, er hat mich auch schon die ganze Zeit gesehen, aber er hat sich nicht getraut, mich anzusprechen. Jackpot, oder? Ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaue.